Galaktische Geschichte 57 Die Macht der Bruderschaft wächst Exakon und Ulic Zeldroma, vereint zur Bruderschaft der Sith, machten sich daran, ihre Kräfte zu sammeln. Exakon suchte auf Ossos nach Hedi, die zu seinem neuen Orden konvertiert wurden. Er tötete Meister Udhan, Juur und einen mächtigen Sith-Holokrom an sich zu bringen. Ulic konzentrierte sich auf die Strategie und kontaktierte die Mandalorianer, deren Anführer Mandalore, mit dem Kratkult im Weltstreit und die Herrschaft über das Kaisertäter-System lag. Ulic besiegte Mandalore im Duell und die Mandalorianer versammelten sich unter einem Banner. Exakon gab Ulic auch eine schreckliche Waffe, den dunklen Verheerer, der eine gesamte Armee aus Lebensessenz entziehen konnte. Ulic tretete den dunklen Verheerer gegen die republikanischen Truppen auf Raxus Prime und tötete dabei die ganzen Hundertschaften. Mit dem dunklen Verheer des Mandalorianischen Kreuzer, den Lassassi-Kriegern und Exakons grauenhaften alchemistischen Schöpfung war die Bruderschaft der Sith endlich bereit, die Republik herauszufordern.